Kannst du das noch aufnehmen? Warte Ich frag nur Ich muss nicht, aber ich frag nur Staubsauger Staubsauger Egal für was brauchen wir eigentlich Bassalt-Carrus, Dekorieren man kann Bassalt draus machen Okay, nehmen 3 Stecks mit, ist gut ich habe noch ein Essen das sind wo das ist noch voll ich habe mein Chatbeck ist leer und ich weiß gar nicht wo ich bin ich teleportiere mich dann zu dir ich bin in 7 Plus 1300 mit was ist das die erste Koordinate okay ich habe das ist wenn du jetzt laufen willst okay Hallo Wissen du nach was sieht es aus was denkst du was ich mache nehmt einen Scheiß hier auf du bekommst du ein bisschen Rotten Flash oh nein warte ich habe wissen für dich dort unten du blubst dort unten kannst du das noch aufnehmen ne warte ich frage nur muss nicht aber ich frage nur Storbsauger 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 gut aber alles außer die Tür ja ja das ist egal und wenn ich den Vorteil machen noch nicht oder ne nie das ist schon bei der Basis noch nichts ich habe mich dann zu ziehen so im Flug das war ein Creeper da hast du BAM gesagt hast es explodiert lol das war Zufall ich mein damit BAM tot BAM tot ist ab scheiß Spinne fällt mich an und jetzt kommt auch noch sonst was gelöst dass es gelöst LB auch die Mannschaft solkens erzielt bis 7 du kannst es für den Kurs ist weggeworfen ich kenne zu viel LB die Spitze zu tun so ist jetzt das wenn es Geld becknimmt wenn er nur der MC Svens zurück gut wenn es jetzt in sie sind ok werden welches ist sicher scheiße es wäre Jakob ich will ja macht dass man das Prozent nicht im Boden ja ein und ausstehen kann oder aber wenn es wenn wir es ausgeschaltet haben können ja hier unten Monsters Born ich habe wirklich künstler Pernitz und dann pflanzen die nach dem Kaktus nun wollen wir uns machen es sind und die das Jahr Was hier? Kannst du Sand fahren gehen? Oder ich hole. Ich habe vorher eine gute Stelle gesehen. Hier ist noch Zuckerrohr. Haben wir Zuckerrohr eigentlich? Nicht, oder? Oh, vielleicht schon. Wollen wir eigentlich mal was mit Siki Pistens machen? Das war uns frage. Ich habe nicht so viel zu tun. So. Okay, ich habe noch 22 Sand. Hast du den Jetpacking schon genommen? Alter! Wie schnell der Fernitz geht. Mal so. Oh ja. Ich weiß. Nein, ich weiß nicht. So ganz, wie weiß. Hmm. Ich habe nichts aufnehmen. Zum Kack. Brauche ich sappisch. Ich habe zwei, sechszeig. Köln die Bersenskarte sonst was die Kiste wird sich in die Kirche das brauchen jetzt kommt jetzt auch hier ein ich denke und die für das sei ja die Burt bis zu Eure und hier ist es mir lieber braucht die Erkrankung das sind drei und die Lieblings so ist so ich komme mit den letzten Sachen das Portal sind scheiß oder nicht ich hab dann noch 46 Obsidian und das Wort ich hab gesagt es ist in diese Kiste muss so ich möchte in der Kiste rechten Eisenkiste nicht in die in der Kiste in der Kult ich will sie ich mache die Zeitung wir machst du nicht mehr auch auch dort das muss ich von dem Wasser sein Hier ist es drin, ne? So nebenbei. Oh. Hier ist ein Chat-Pack drin. Mhm. Ja, ist raus. Alter. E-Pack. Sim's raus. Ist das geil gemacht? Ja, ich hab nichts gesagt. Ist jetzt eigentlich alles angepflanzt. Druck mal aus. Ich frag nur. Gibt das alle? Ne. Wo? Das andere habe ich schon zu dem verarbeitet. Zur Farbe. Wo? Äh, immer noch im Electric Fernands. Alter, wieso mit dem Fernands? Wieso nicht? Wieso nicht? Nein, schon gut war. Das ist nichts mehr. Möbe. Was ich jetzt aus dem Kürbis? Möbel. Möbel, 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 Möbel. Möbel. Was eigentlich jetzt alles geholt was mir... Ja, alles was wichtig ist. so wie wollen wir es eigentlich machen dass wir hier runterkommen wie kommen wir hier runter vom Haus dann Köln nach dem Weg ob man richtig ich hab dann mit Zukunft nicht was brauchen wir schützen jetzt mit nach ist es schwer hat nicht mit der Axt das ist mit dem einen von Hand noch nie noch nicht vor ich schlägt nicht Futter Macher 7 16 Stände helft einmal von den anderen von 16 mit uns sieht es gemacht was du was sie machen sie doch Nukleareaktor alle mir noch mal schön jetzt geht es was was jetzt machen jetzt kommt die ganze Elektronik hier und den ich hier rein gesteckt ja noch nicht eigentlich das ist der Keller das genau für die Elektronik und so wir machen werden neuen Raum Nupf das hier wird so der Lagerraum der Lager brauchen wir so viel damit der Kurs dann geht es hier runter in den anderen kommen oder so so 17 Kaktus ich verarbeitet es kann ich schicke es jetzt und hier was oder ich hab die Idee ich hab wo man auch war die Baut suchte doch nicht neun Platz fürs Portal du lagst du leckst bei mir gerade wie es von uns hat eine neue Ort für das Portal er hast du das Ding abgebaut das Portal noch nicht ich konnte ich suche jetzt schnell die Mitte hier suchen 3 4 5 aber nicht dort 8 10 11 12 13 14 15 16 4 5 6 7 Scheiße haben die Glasscheiben 8 wie viele Lampen brauchst du noch? ich? ja wie viele brauchst du noch da drin? ich hab alle Lampen lol sag das doch egal ich mach trotzdem noch ein paar die sind schön aus oder soll ich von diesen soll ich von denen machen die so in einem Zahn sind weißt du welch ich meine die ich gemacht habe keine Ahnung kannst du für was frage ich mich gerade ich mach diese die schon leuchten da habe ich schon aus Versehen Jakob kannst du mir noch einmal helfen kommen ich mach von denen die schon leuchten oder so so, so, so ok ich komme gleich keine Hetzerei Hetzerei? ja keine Ahnung Hetz nicht so 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 wo sind die Slabs? wo sind die Slabs? wo sind die Slabs? wo sind die Slabs? wo habe ich noch Slabs? hä? bin ich gerade blind? Slab hast du noch Slabs? Slabs? ja, zwei ah, hier sind Slabs hier sind Slabs ja, nein, nein, ich hab schon schon gut für was hättest du es gebraucht? na, für die Lampen hä? hä? ja, vier diese im Gitter drin ok so ich habe jetzt vier von denen das ist das ist das ist das ist das ist ich finde es lustig ok rot brauchen wir auch noch von denen von welchen von welchen von den Wohl gemacht habe oder ja von denen ich ok ok rot ist rote also die die schon leuchtet die man aktivieren müssen die kann man auch bauen die man noch aktivieren muss ne ich finde es so geil ja, ich auch red lumara ok wir brauchen noch mehr Sand dann können ihn wieder nicht Sand herstellen ich schon mal nach wenn sich irgendwie Sand sicher mit Minimstone dort Grasblock ok in den Grinder kannst du die Messeräte kannst du Cobblestone zu Sand herstellen ne wirklich? wirklich das können wir dann testen also testen das machen wir dann Pellen und jetzt können sie so mehr wirklich mal helfen können und nachher helfen hey warte wir haben eine Betrugung im Haus was haben wir? das gehört ne fliegt am Haus gut wir gehen kein Licht aus und gehen oh gute Idee ja muss schon sagen aber ich glaube es spawnt gar nichts ne wirklich nicht soll ich dann ne Licht ne kein Licht an das ist nicht symmetrisch das voll fast wirklich ja es ist nicht symmetrisch ne nein die anderen fischig die anderen ne welches ist okay welches sind einfacher zum Verschieben es egal ok was du machst du so voll viel mehr es ist nicht symmetrisch wirklich egal geht schnell also mal den Lichtschalter ausschalten Warte ich bin nicht hier ich bin auf auf das was schon was habe ich jetzt wirklich schon bis zum kostenlos soll ich das machen kurz erwarte ich mache den Lichtschild aus ist er aus ich 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 sind sind auch sich ein paar Kaktus gewachsen die ich auf den Kopf Kastner 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 hast du noch Rosenrot zufällig? äh ne aber ich habe rote Blumen oh sehr gut komm ich mal einen Kuss holen das geht mir jetzt auf den Sack hier einfach mal rein ah was ah jesu heiß oh schütz ok jetzt zu wie viel von den zu nicht machen und in welchen und gute Frage